Das sind also Kristallsalz und Halitsalz. Hier habe ich jetzt Brocken genommen. Der Unterschied ist vor allem der, dass beim Kristallsalz, man sieht es hier, das ist leicht rötlich. Da ist ein natürlicher Anteil von Eisenoxid drinnen. Das wird ein bisschen anders abbauen wie das. Das wird durch Aussohlung oder auch mit Salzsohlen teilweise auch Bohrungen abbauen. Das ist reines Steinsalz. Man nennt es auch den Diamant unter dem Salz. Der Grund des Diamants ist, man sieht es hier, also der rechte hier ist ein Kristall, welches Lichtrosa ist. Und der linke ist entsprechend vom Halitsalz. Und die Brocken nimmt man vor allem zum zum Beispiel ein Bad vorbereiten oder aber auch zum Salzsohlen machen. Und die Salzsohlen soll ja das Immunsystem unterstützen und allgemein im ganzen Körper sehr viel Wirkung haben. Und der Unterschied zwischen den beiden ist eigentlich marginal. Das heisst, im Kristallsalz haben wir 97,5% Natriumchlorid, also 97,5% reines Salz. Und da haben wir bis zu 99,9% reines Salz. Das Halitsalz ist wie auch das Kristallsalz, man nennt es auch Light Pink, sind 540 Millionen Jahre alt. Das heisst, das ist eigentlich so das, das Salz, das damals aus den Urmeern entstanden ist. Und wenn wir das Ganze so ein wenig anschauen, auch im Vergleich mit unserer Blutzusammensetzung, dann haben wir eigentlich fast gleiche Zusammensetzungen wie in den beiden Salz. Also, das Halitsalz ist super hochwertig. Also das ist wirklich sehr hochwertig, weil es 99,9% Natriumchlorid drin hat. Es ist Steinsalz, es wird also direkt aus dem Bergwerk heraus geklopft und nachher nicht nachbehandelt. Und beim Kristallsalz ist es so, dass das Kristallsalz noch ein bisschen nachbehandelt wird, beziehungsweise wegen der Aussohlung nachher trocknet und dann eben gemahlen wird. Das sind so die beiden Unterschiede und ich nutze es vor allem für Salzsohlen. Man kann diese beiden mischen, das kommt jetzt nicht so darauf an, ich mache das noch sehr viel. Gerade wenn ich mal zum Beispiel irgendwie einen offenen Sack hatte oder so. Und der Vorteil ist, bei den Salzsohlen, man sieht es vielleicht ein bisschen, es ist hier schon ein bisschen am Aussohlen, nennt man das. Wenn die Salzsohle 26% Sättigung erhalten hat, dann ist die Salzsohle fertig. Das heisst, so ein Brocken muss sich nicht unbedingt 100% auflösen. Der kann also gut drin sein. Und bis die 26% Sättigung erreicht sind, sollte man etwa 24 Stunden warten, wenn man so eine Salzsohle ansetzt. Und man kann es dann zum Beispiel auch zum Baden benutzen. Ist viel einfacher, wenn man einfach Salz ins Wasser reinwirft. Das geht auch. Und ja, kann man auch zum Beispiel zum Kochen benutzen. Und ich mache das schon seit gut 15 Jahren. Und ich nehme eigentlich nur noch das Halitsalz oder das Kristallsalz zum Kochen mit dieser Salzsohle. Da muss man dann von der Konsistenz, nicht von der Konsistenz, sondern von der Menge her ein bisschen das Mass finden. Ich nehme dazu einen Oswald-Löffel. Die, die in der Schweiz wohnen, die kennen das. Die Firma Oswald, die Gewürze anbietet und noch vieles mehr. Und der Oswald-Löffel, da gibt es bei mir auf gut 1,5-2 Liter Wasser, gibt es zwischen 5 und 6 Löffel dieser Salzsohle. Das passt einmal gerade so. Ja, ich hoffe, ich habe euch die beiden Salzen ein bisschen näher bringen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spass beim Nachmachen der Salzsohle.